Ich bin jetzt dropped, bin ich so im Arsch Jaaa, sie hat's nicht geahnt Jaaa, das war super nice Ja meine Freunde, bekommst du eine Folge Rambo 6 Siege Da ist Kim Geht doch, so Mit dabei ist Thomas Hallo Thomas, magst du mal bitte den Leuten erzählen, wie du mich kennengelernt hast Ich hab ihn über seine Freundin kennengelernt, mehr oder weniger Hä? Echt? Achso, ja stimmt Jetzt muss ich erstmal selbst nachdenken Ja stimmt Über die App Jodel Falls auch dir was sagt Ja Das anonyme Twitter Würde ich das jetzt nennen Ja Jodel ist halt eine Twitter ähnliche App Wo man Posten kann nur halt anonym Und da hat er halt Gibt's verschiedene Channel Wo man sich rein kann, wo man chillen kann Und dann gibt's da halt Äh Verschiedene Themen, würde ich das mal sagen Und das war Das war das Thema Gamer Ja doch Gamer Oder hat Kim einfach mal meinen Twitch Link Mit rein geschickt Und dementsprechend Und dementsprechend kamen die Nudel her auf mich zu Auf uns Was derbe nice war eigentlich Weil's derbe witzig ist Die sind schon hier Direkt vor der Tür, ja Ich hab, ich hab die hier Hä Der, der von draußen Ach der kann von draußen reingucken Ja hab ich doch gesagt Die Gegner sind hier schon Esch, die Esch lagen Ach die waren oben Ooooooh Ich guck mir grad die Lastkammer an Oh Gott nein So ich bin mal raus Das war's für heute mit der Folge Bis zum nächsten Mal Ja ey Wie doof ich bin Das kann nicht sein Wie viel Pech kann man haben Aber es sind schon zwei Ein Gegner tot halt Weil er halt Ja das schafft ihr Ja die hat die Claymore hier geplaced Da Die hat die Claymore hier geplaced Renn raus, los Lauf Die Kamera Ja wo ich weiß nicht wo sie ist Ne hinter dir hinter dir Da Da Ja da ist ne Claymore Neben Da hast ne Claymore vor der Tür Ja du sitzt ziemlich scheiße Weißt du das? Kann den ja smoken da Ist ja kein Problem Aber du kommst halt nicht weg Wenn du raus willst Hä? Ja aber Jahre gedauert ne? Ja ist halt der Türraum im Weg So Zwei fehlen noch Glass und Esch lagen oben beide Kaum die kriegst du auch noch Äh genau Genau nochmal zu Thomas Thomas hieß ähm Rang 70 Und ist silber Was ist das? Zwei? Drei? Ja zwei glaube ich Silber zwei Und hier sind einmal seine Stats 08er Sieg Niederlage mit Rang Und äh 07er Eliminierung Toten getragen KD Ne? Und Win-Lose-Ratio Oh Gott ich muss nie sein Entschuldigung links da links Achso sorry Ich dachte die Claymore steht auf der linken Seite die ganze Zeit Oben lacht er Ja der liegt da Ja der liegt da Renn raus Fick sie Ja Nur noch die Asch jetzt Smoke Achso hast du nicht mehr Aha Er ist über dir jetzt ne? Ja Da ist sie Du hast wieder ihre Waffe gesehen Da genau in der Mitte hast du ihre Waffe eben gesehen Ja? Ja aber die ist weg gegangen Die ist rüber nach rechts gegangen Ja Versteck dich einfach Das war ein Profi Ich bin jetzt echt ruhig weil ich wissen will was du machst Ich bin jetzt dropped bin ich zum Arsch Jaaaa Sie hat es nicht geahnt Ja das war super nice Wie sie nichts gehört hat Boah du bist ja genauso wie ich gestern Wisst ihr im Stream ziehe ich immer Und wenn ich aufnehme dann bin ich immer der größte Nob So da sind wir wieder Er hat gerade meine Taktik mit die Zwischensequenzen rauszuschneiden Hat Thomas gerade infrage gestellt Fällt ihnen nicht in Ordnung? Die sind Casino Und kennst du den Bug beim Casino wo sie durch die Wo sie durch die Wand buggen können Du bist down ne? Der hier vorne Hier Die können hier durchspringen Warte Du kannst Wenn du ein Schild aufstellst Wenn du hier ein Schild aufstellst Direkt vor die Vor die Automaten Kannst du da rüber kleineren Und fliegst durch die Wand Richtig bescheuert Das habe ich letztens auf Reddit gesehen Du musst dich einfach vor das eine Fenster setzen In dem kleinen Ding Wo die Geisel liegt Wir spielen die Map Übrigens Wir spielen die Map Übrigens Die Map I8 Und spielen Bereich Sichern Ja Blitz der einzige Charakter den du kannst irgendwie ne Eigentlich habe ich ihn Gar nicht gespielt Bis vor ein paar Tagen Und seitdem nur noch Ich bin stolz auf dich Ich bin stolz auf dich Oder? Ne andere Seite ist das Hier ist das offene Fenster Ich bin gar nicht mehr bei der Bodi Ja ich weiß Ich fand ich muss Ich fand Ich Ich muss immer noch Darüber lachen Dass ich gestern einfach mal Diesen Wallbang gemacht habe Wo ich einfach mal Völlig random durch die Wand geschossen habe Beziehungsweise durchs Fenster Einfach so auf Krampf Oh fuck Ich habe Angst wieder auf die Fresse zu kriegen Smoke hat das geworfen So Bist du noch am Leben ja ne? Ja Ich bin halt Ich bin auf 55 runter Pff Ja das hast du natürlich gut gemacht Weißt du ob irgendwer lurkt oder so? Der Stabkan ist down Okay Oh lol ich hab Der Captain Nemo ist ja schon längst durch Ey Nemo Good Job Open it Ich hoffe jetzt kommt keiner von hinten oder so Weil dann drehe ich durch Dann raste ich richtig aus So Gucken wir mal Wo sind die Gegner jetzt? Pulls down So Pulls is down Der hat sich selbst getötet Ich komm zu dir Ich komm zu dir Bin drin Der ist rechts von dir Der hab ich gesehen Der liegt rechts ja Smoke ist rechts um die Ecke Da Wenn du reinguckst rechts Ja ja chill Ah shit Hä? Ach die war unten Warum kommt der denn nix? Ja Nemo A bit earlier please Jetzt sind wir auch im Casino Und hoffen wir mal Dass die Gegner das nicht jetten Ich geh auch nach unten Da wo die Caveira war ne? Okay Aber ich wollte eigentlich die Tür komplett zu machen Ich hab auch Ich hab auch noch ein Schild Falls du willst So zwei sind sechs So I get lower So ich chill mich jetzt dahin wo die Caveira war vorhin Oh man Rook Warum kannst du das nicht früher legen du muschi Gesicht Warum kommen die immer mit so spät darauf diese Scheiße da zu legen Der Smoke ist glaube ich hat irgendwie ne Krankheit Der hat smiley Der hat ein smiley in die Wand geschossen Wow Der Mute Der Mute hat hier auch Überall seine Dinger reingepackt Äh In die Da muss niemand was bringen In die Tür rein Einmal mit Profis ne Die sind schon da Ja Bei mir steppt schon hier Stepping hier Die sind oben Die kommen über den Eingang Über den Haupt Eingang in die Lobby Da Schön Ach ne Äh Schlecht Smoke Mute Man sieht dich mal schlafen Der ist drin Ach die Leute hier unten ist grad wegen dem Thatcher Die Die Ding ist ausgegangen Die Die Lampe Ich versuche mal von hinten zu kommen Ich bin alleine ist egal hier Sind die kommen die alle von dir? Die kommen die alle von Kommen die von deiner Seite? Ja komm Ah ne der fust hier rein Ich geh ich geh nämlich jetzt dahin wo Wo ich eben reingegangen bin und ich hoffe dass ich da vielleicht ein zwei Leute von hinten holen kann Ja ich höre ja wenn er hier reingeht Nice Ich höre ja wenn die hier reingeht weil dann tappt er ja Ach soo Die Ash macht die Wand nach hinten auf Rennt raus Und tötet mich instant Wieso Wieso sollte man ausgerechnet jetzt ne Wand nach hinten aufbrechen Deswegen Aber die ist slow Schön Lol Der hätte einfach nur durchspratzen müssen Ja der letzte war ähm Da Ja gut auch an der Tür wollte ich erst sagen aber dann ist er wohl auch rum gelaufen So Vierte und letzte Runde hoffen wir mal dass wir Jetzt Oder ich jetzt endlich mal mehr Glück habe Und nicht direkt von so einem Lucky Kant weggeflankt werde Die sind nicht da wo wir in der ersten Runde waren So Die sind glaube ich wieder Ne überm Casino sind die Ja Die sind oben in dem Hauptraum kann das sein Keine Ahnung wie das heißt In diesem ekligen Raum weißt du ganz oben Oh ja dann sind wir natürlich hier genau richtig um da hoch zu kommen ne Ja von da kommen wir nicht hoch ne Das weißt du Ne du kannst nur mit Treppe da hoch Und die ist auf der anderen Seite des U-Boots Der Yacht So Jetzt bin ich oben Ich hab eine richtig geile Ah ne ist auch nicht so geil Ey ne 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 Ich muss sagen, ich würde mir schon gerne dieses Paket jetzt kaufen, ne? Ja, der Yellow auch. Ich würde zu gerne so ein... Ja klar. Ich würde zu gerne dieses Paket jetzt kaufen mit allen Operatoren. Ja. Kommst du mit mir hoch hier, auf die andere Seite? Ich bin hier, ich bin hier auf diese Seite. Schön. Ich smoke hier alles halt. Achso lol, er hat den getötet. Der Dock ist down, den ich angeschossen hab. Ich hab aber ein bisschen da reinge... Wo ist der Typ? Ich seh nicht genau, wo er ist. Ach da ist er. Ja, ich seh. Er ist in dem kleinen Capuff drin, als einer. Da. Ja, ich versuche hier so... Sprengladung einsatzbereit. Auf Kramp jemanden irgendwie zu sehen. Ach, da ist er. Feind Sicherung getroffen. Ach, das ist Tachanka. Achso, Tachanka ist das. Tachanka ist da. Läuft bei euch. Da ist Tachanka. Ja, den hole ich mir jetzt von der Seite. Der ist tot. Och man. Och toll ey, was war das für ne langweilige Runde. Voll nix Taktik, Alter. Einfach nur reinrennen töten. Oh leu, aber schöner Schuss. Haha. Ja, es war halt... Also, die waren halt relativ einfach zu denken. Ich stand am Fenster und konnte, ähm... Sachen sagen halt, wo was ist, ne? So, gut. Dann sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Abonniert Thomas. Tschüss. Ciao.